Servus, ich bin der Madl Michi und das ist mein Dream Team. Im Tor mit der Rücken Nummer 1 Christian Kratze, der steirische Panther. Er war mein Zimmerpartner bei Sturm. Sehr sehr guter Tormann, Nationaltorhüter und der hat sich Nummer 1 im Tor verdient. Links hinten Andreas Schicker, ein guter Freund von mir, hat mit ihm bei Wiener Neustadt zusammengespielt. Der beockert die linke Seite und macht da Dampf auf links. Mit mir in der Innenverteidigung der Sergio Ramos, ich glaube, braucht man nicht viel dazu sagen, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, überragender Verteidiger. Ich nehme ihm meine Wenigkeit, mit der Kapitänsschleife natürlich. Zu meinen Qualitäten brauche ich auch nichts sagen, glaube ich, über den Ramos zu stellen, meiner Meinung nach. Rechts hinten Cafu, habe ich da beim Jubiläumsspiel gesehen, ist er da mit, weiß nicht wie viel ich er noch auf und ab marschiert, von dem er wird da die rechte Seite brennen. Defensiv habe ich mich entschieden zwischen Gattuso und Hartenberger, habe ihn Hartenberger genommen, weil er, glaube ich, noch aggressiver und noch mehr Schrecken verbreitet als der Gattuso, das heißt, der Harten wird er in der Mitte abräumen. Vor ihm links spielt Thomas Simkovic, mit seinem linken Fuß erwarte ich mir viele Assists von ihm, gute Dribblings. Rechts Sinidin Zidane, ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen, einer meiner Lieblingsspieler in der Jugend. Ich glaube, hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und einfach überragender Spieler. Auf der Nummer 10, für mich der beste Spieler, den es jemals gegeben hat, Lionel Messi, da muss man auch nicht viel dazu sagen. Und vorne Doppelsturm mit Roman Kinast, weiß jeder, der ist da für die wichtigen Tore. Und neben ihm Rubin Ocotier, der schwarze Büffel, der reißt die Räume für den Roman auf. Ich glaube, das ist mein Dream Team, mit dem ich unglaublichen Erfolg habe.